Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part mit dem Herrn Weger. Und jetzt muss was passieren. Was geht ab, Leute? Ich sag's gleich. Dieses Spiel wird scheiße, weil es pischt. Er spielt mit Shanghai Sipk und ich mit Frankfurt. Es pisst. Die Hütte pisst. Das ist nie gut. Ich kenn mich gut aus mit Pissspielen. Und jetzt muss es passieren. Es gibt's nicht, dass er nur gewinnt. Aha. Wo soll der Ball hin? Ja. Und dann gleich weiter. So, ich hab's mir vorgestellt. Was willst du? Nichts. Lass uns mal gleich knicken. Ich hab einen Plan. Dreierabwehrkette. Macht's was. Nein, nein. Der ist noch drin. Du brauchst. Du warst alles gewollt. Bro. Weg. Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt ein bisschen weniger labere, dann liegt es daran, dass ich mich konzentriere. Alter. Okay, weiter. Ja. Da ist wieder so ein Moment, wo ich mir gedacht hab, wohin. Jungs, bis sie vor. Nein, nein. Ja. 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 Torwart, du bist gut. Du hast gut zu sein. Sonst krieg ich dich. Ja. Nicht so hin. Nimm ihn! Fuck, 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 fuck. Sicher. Schieß ihn einfach nur weg. Schlusspipsiker, wohin? Einfach nur weg. Okay, das ging auch. Alter! Hallo! Schubf mich weg! Das wär die Peach. War gar nichts. Aha, super. Danke dafür. Er ist nur am Boden gelingen. Er soll ja am Boden liegen, das ist ja bei den Kniesen so typisch. Fuck! Alter! Nein! Ich sag's jetzt gleich, die Kniesen fliegen heute raus. Ist okay. Nein. Da war Zippe. Er hat ihn nicht mehr berührt. Aber trotzdem super, dass er nicht gekommen ist. Nein. Nein, ich drohe die Tette. Ja. Ja. Und jetzt ist das... Ja! Sag nichts gegen Chinesen! Sag nichts gegen meine Sipp! Sag nichts gegen meine Sippe it in, man! Sipp it the fucking bitch in! Fick die Henne! Bitch, please! Oh meinet, Chinchong! Puerto Rico, it in! Ich muss jetzt ihm das machen. Fuck! Einmal, ich schau's noch einmal an. Ich glaub jetzt gar nichts. Muss ich noch ganz kurz gucken. Dann nicht mehr berührt. Geil. Ha! Schau'n, hi! Sipps, k! Sipps, k! Sipps, k! Ich sag doch, der Torwart. Fuck you! Danke, danke, Torwart. Danke, bester Mann. Bester Mann EU-West. Sag jetzt vor. Sipps, k! Danke, dafür! Ja! Das! Hä? Ich glaub's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro! Stär auf! Ich glaub dich! Bro! 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 Ich glaub der überhaupt geblockt. Ja! 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 Ich hab' keinen Bock hier vorne zu mehr rumkurven. Mach nicht! Ich hab' jetzt einen Plan. Ist aus. Ich hab' jetzt einen Plan. Oh nein, bitte nicht. Jetzt hat er einen Plan. Mach' elf Meter, guck. Grätschen. Hä? Ich hab' jetzt mehr mit Grätschen. Vor'n Strafraum. Das ist scheiße. Wenn man weiß, wo man grätschen muss. Ich bin jetzt auch noch mal still. Peach. Das war aber das so ein Thema mit dem Geschenk. Das war aber das so ein behindertes Thema mit dem verdammten Scheißricks Geschenk. Nein. Torwart, mach' keinen Scheiß so wie bei Ihrem. Torwart! Ich mein's verdammt ernst. Peach. Peach. Wohin? Fuck. Nochmal. Was war denn das? Ach so! Hey, war bei meins gehört Absatz doch. Was Absatz, oder? Hä? Lol. Okay, jetzt leck' mich aber. Fett am Arsch. Jetzt kannst du mal sowieso kurz, weißt du. Bis die Weile noch buchst du und dann haben wir's. Fuck. Oh mein Gott. Bro! Hallo, hallo, halleluja. Okay. Ich hasse alles. Gibst du die ganze Zeit so? Nein, das war ein bisschen zu weit. Nein. Oh, Peach. Kein Elfer. Sorry, ich wollte den Ball, du Affengesicht. War super, war super. Anstatt, dass der Torwart im Nipp. Scheiß. Hä? Ich will eh. Alter, verdammt nochmal. Alter, verdammt nochmal. Hallo, ho, 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 ha, 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 ho. Oh ja, genau. Da wollte ich hin. Du Affenkopf. Hallo. Danke. Weg. Jetzt ist kein Bock mehr. Und mein Schrank ist wieder am Popo. Oh, mein Gott, wie schön wird die Flanke. Wie schön wird die Flanke. Der Sieg ist bei der Scheiß drauf. Oh, mein Gott. Really ballant. Mein Wecker geht ab. Ich weiß nicht, warum. Ah, doch, wegen deinem verdammten Wecker, Scheiß. Es ist zwölf. Alter. Die Flanke. Ich, Alter. Ich wusste es, bei der vorigen Flanke habe ich ein bisschen zu weit geballert. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen, ein bisschen weniger und es läuft. Oh, ist das traumhaft. FIFA, danke. Wrestling Gods, danke. Alter, du sollst das, was, was, hier was machen, du Affen. Haus. Peach. Zwei Minuten. Jungs, wir haben zwei Minuten. Weg damit. Es läuft einfach nicht los. Ja, die Chinesen sind weiter. Oder die Asiaten, die japsen, die sind mir fuur zu geil. Shanghai is in, man. Also er hat keinen Bock mehr, wir, wir oder ich oder whatever hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Okay? Willst du noch Tschau sagen? Okay, wir sehen uns. Tschau. Bis dann.